Für unsere Erarbeitung der deskriptiven Statistik in diesem Primer werden wir uns an den Skalenniveaus entlanghangeln und für jedes Skalenniveau besprechen, welche deskriptiv statistischen Verfahren wir da benutzen dürfen. Am Ende werden wir alle wichtigen Statistiken und statistischen Maße besprochen haben, die man für eine solche Beherrschung der deskriptiven Statistik benötigt. Und beginnen werden wir heute mit dem niedrigsten Skalenniveau, der Nominalskala. Wenn eine Variable auf einer Nominalskala gemessen wird, dann können wir über die Messwerte dieser Variable nicht viel mehr sagen, als dass sie gleich oder unterschiedlich sind. Die Unterscheidung ist also das einzige Ziel und die einzige Information einer Nominalskala. Die Zahlen, die die Variable den Ausprägungen des zugrunde liegenden Merkmals zuordnet, sind dabei vollkommen beliebig. Und mit diesen Zahlen dürfen wir praktisch alles anstellen. Wir dürfen sie multiplizieren, dividieren, vertauschen, beliebig verändern, solange wir nicht zwei vorher verschiedenen Zahlen bei der Transformation dieselbe neue Zahl zuordnen. Am Beispiel wird das Ganze viel, viel klarer. Und dieses Beispiel ist schon einige Jahre alt. Der gute alte Ernst Kretschmer nämlich hat unter Mithilfe des Psychiaters Emil Kräpelin Anfang des 20. Jahrhunderts die sogenannte Typenlehre erfunden. Darin teilt Kretschmer Menschen anhand ihrer Körperform in Gruppen ein. Die drei Hauptgruppen sind Leptosome-Typen, eher schlank, schlachsig, knochig, athletische Typen, also die typischen Sport-LK-Jungs, und pyknische Typen, dick und kugelig. Kretschmers Wahnsinn bestand nicht in dieser Typologie, sondern in der Tatsache, dass er mit den Typen auch psychische und vor allem pathologische Merkmale verbunden hat. So sollen die Leptosomen eher stark, kühl, misstrauisch sein und zu Schizophrenie neigen. Das ist wahrscheinlich Unsinn, aber ein schönes Beispiel für eine Nominalskalierte Variable. Um aus dem Merkmal Konstitutionstypus eine Variable zu machen, sagen wir x, müssen wir uns nur entscheiden, welche Zahlen wie welche Ausprägung zu ordnen. Ich könnte zum Beispiel den Leptosomen die 0, den Athletikern die 1 und den Pyknikern die 2 geben. Das ist aber völlig beliebig. Ich könnte auch eine andere Variable x' erzeugen, bei der ich die Leptosomen mit 1, die Athletiker die 0 und die Pykniker mit minus 1 bezeichne. Das ist eine ganz andere Reihenfolge, aber dieselbe Aussage. Der Leptosometyp ist ein anderer als der athletische und wiederum ein anderer als der pyknische Typ. Die Zahlen sind völlig beliebig. Sie sagen nichts aus, aber die Unterscheidung gelingt sowohl mit x als auch mit x'. Ein zweites schönes Beispiel für eine nominal skalierte Variable sind die heute nur noch wohlwollend zur Kenntnis genommenen Temperamentstypen von Hippokrates. Hippokrates teilt Menschen in Choleriker, Melancholiker, Phlegmatiker und Sanguiniker ein. Auch hier könnten wir eine Variable definieren, zum Beispiel y mit den Werten 1, 2, 3 und 4. Oder 100, 1, 200 und 3. Was davon wir wählen, ist vollkommen egal. Es kommt bei der Nominalskala nur auf Unterscheidbarkeit an. Welche Interpretation darf man also mit der Zahlen einer nominal skalierten Variablen anstellen? Naja, wir haben es gesagt, man darf nur die sogenannten Äquivalenzrelationen feststellen, das heißt gleich und ungleich. Jede andere Aussage, am Beispiel unserer Typenlehre gerade 1 ist kleiner als 2, ist zwar numerisch korrekt, sagt aber gar nichts über die Variable und vor allem über das dahinterstehende Merkmal aus. Dieses Schaubild verdeutlicht uns das noch einmal. Wenn wir oben eine Ursprungsvariable x haben und dann eine Transformation, die aus den Werten von x neue Werte einer neuen Zufallsvariable, zum Beispiel y macht, dann darf diese Transformation nahezu beliebig sein. Genauso wie das hier dargestellt ist. Wir können aus der 1 die 4,5 machen, aus der 2 die 6, aus der 3 die 2,5, aus der 5 die 1 und aus der 4 die 7. Das Einzige, was wir nicht tun dürften, wäre die Abbildung von zwei verschiedenen Werten von x auf denselben Wert von y. Hätten wir zum Beispiel die 2 nicht auf die 6, sondern auch auf die 1 abgebildet, dann würden wir die Unterscheidbarkeit, die in x gegeben ist, in y nicht erhalten. Das ist ein Verlust von Informationen und das dürfen wir mit der Nominalskala nicht anstellen.